Du musst da x drücken. So, ich drücke G. So, stopp. Dasselbe nochmal. Geil, das ist abgeschlossen. Jetzt hopp rein! Jetzt hab ich F gedrückt. Verdammt! Bringt mir aber nix. Ich hab's gewusst, Alter. Ich hab's gewusst. Scheiße. Jetzt hopp rein! Äh, das ist so eine Drecksau. Du musst mich fesseln jetzt. Nö. Eigentlich schon, aber erst Burgershot. Weil sonst verreckst du mich hier weg, dann macht's keinen Spaß mehr. Dann ruf ich die Bullen. Dann hast du ne Leiche im Auto. Das kannst du denen dann selber erklären. Ja, ich hab gesagt, der war zu dumm zum Essen. Was ja die Wahrheit wäre. Ich hab nen Videobeweis. Scheiße, 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 scheiße. Da lag was, da lag was, oder? Man, der liegt ne Roller. Du liegst da gleich. Ja, das war zu gemein zu mir. Ja. Voll, voll aggressiv. Ich hab heute gearbeitet, ich darf das. Der kleine Schweizer muckt auf. Du bist in der Unterzahl, das ist ja schon klar. Was? Was? Du bist in der Unterzahl, das ist ja schon klar. Nö, ich halt für ihn. Nicht dein Ernst. Also du und wer? Ich und... Jetzt überleg doch. Ich? Bin dann mal weg. Ja. Warte kaufen. Du weißt schon, dass ich 5 Jahre Nahkampf Ausbildung hab, ne? Echt Krss. Dass du im Verkauf nicht angegriffen wirst, haha? Nein, ich hab 5 Jahre Judo und Chiujitsu gemacht. vaccines? Was wundervoll im Alter von 5? Nein! Alter, ich bin 16. Ich hab 5 Jahre das gemacht, vor 2 Jahren hab ich aufgehört. Was geil krass. Aber ich kann mir immer noch Burger kaufen. Hammer. Ist das Epic, gehh? Geil. So. Ich geh mal kurz gucken, aber ich mach erstmal Technobase an. Ob an dem Haus, wo wir... Ist zu laut. Ja, die Musik, ne? Ist auch so. Das ist geil. Wie in GTA 5 gibt's auch so eine Musik. Einfach mal. Piep, 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 piep. Denk ich mir auch, der hat auch was genommen. Ein Dubstep, Junge, ein Dubstep. Da steht ein Auto. Stop, 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 stop. Stop, halt neben dem Auto an. Scheiß auf rote Ampeln. Jump halt raus. Marcel meinst du wie du? Marcel ist heute fast über Rot gefahren. Kann ich wahr, kann ich wahr, kann ich wahr. Doch, Mann. Kann ich wahr. Ich sitz drin. Ja, war das Auto nicht abgeschlossen? Nein. Ach, du hast die Türe offengelassen. Ah, ja, logisch. Ich cheate. Äh, 650 Stunden. Wie viele Monate sind das? Sehr viel. Also eine Woche hat's... Wie viele Stunden? Sehr viel. Äh, das sind locker vier Wochen. Der fährt da rechts rein, der fährt da rechts rein, der fährt... Der fährt da rechts rein, ich will sein Auto. Dann hopp, ich sperr. Yay. Los, greif ihn ab. Ich muss mich erst ein bisschen sympathisch dastehen lassen, weißt du? Er ist so ein bisschen schleimend. Hallo, wie geht's dir? Und hau ihm die Kacke weg. Yay, da fährt ein Häng... ...und ein Lastwagen ohne Hänger. Er schreibt Hi. Schreib Hi zurück. Na, ich schreib Hi. Ach so. Und er scheint mir AFK zu sein. Das sind sie immer, wenn sie was nicht wollen. Und wenn ich dich sehe, würde ich auch AFK gehen. Ich frage ihn, ob er sich Geld dazu verdienen will, indem er mich irgendwo hinfährt. Ob ich mich hinführen darf. Jetzt komm her, sonst kill ich dich. Mit was? Mit der Hand. Kannst du noch nicht killen, du hast Noob-Schutz. Scheiße. Der macht es sich in Ernst, die Missionen ignoriert mich. Du Sau. Komm her, ich will nur deine hässliche Autor brennen. Ich muss mir echt einen besseren Mod suchen, ey. Also, wenn der Bot... Wenn der Bot... Alter, wenn der Bot gut gemacht wäre. Scheiße. Wenn der Mod gut gemacht wäre, dann wäre der Wagen ja wirklich immer. Da wäre der Wagen wirklich geil. Aber hier, Heckleuchten, der eine Blinker ist einfach ins Orange. Der andere Blinker ist einfach mal Grün. Ja, passiert. Vorne ist er einmal gelb, grün... Irgendwas. Und auf der anderen Seite ist er orange. Und du kennst ja diese Angel Eyes von BMW, ne? Das eine ist eiskalt grün. Und das andere ist so gelb. Und auch Nebelscheinwerfel, sagen wir mal grün. Und die Bremsbacken, die sind im Reifen drin. Ja, das ist doch komplett nicht logisch. Das ist komplett im Arsch. Eigentlich ein ganz geiler Mod, aber... Halt es mit... Kleinen Fehlern, meinst du? Mit... Großen... Fehlern. Ja. Ich glaube, ich habe gleich... LOL, ich habe einen Motor aus und kann trotzdem rückwärts fahren. Das ist ja immer geil. Marcel, jetzt weißt du, was du machen musst, wenn... Ich habe einen Motor aus und kann rückwärts fahren. Wie geil ist das denn? Ja, das ist normal. Das habe ich auch schon. Oh Mann. Der hat jetzt echt nicht 5 Minuten gebraucht, um zu schreiben. Nee, lieber nicht. Und dann schreibt er es auch nicht falsch. Oh, der Wagen rollt doch nur. Oh. Willst du wieder mitkommen? Nee, nee, ich gehe erst weg, wenn ich das Auto habe. Wo bist denn du? Ah, da bist du. Da bist du. Na, boah. Mach den Motor an. Ich habe mir übrigens auch noch mal einen Waffenschein gegönnt, ne. Der sollte irgendwann heute mal noch kommen. Vielleicht, wenn er Lust hat. Das 100% und 2-jähriges Kind. Ah, was ist das für eine Tuning-Filme? Was steht hier drauf? Hammann. Jetzt weiß ich, was das für ein BMW ist. Ein BMW M3 Hammann. Jetzt weiß ich, wo ich hingehe, wenn ich genug Geld für ein M3 habe. Wieso hast du eigentlich ein Türken-Auto? M3 ist geil, Alter. Ja, M3 ist ein Türken-Auto. Scheiß drauf. M3 ist geil. Alter, wie lange braucht denn der, um was zu schreiben? Ich kenne ja auch nichts dafür, wenn Türken so geilen Geschmack haben, was Autos anbelangt, ey. Kannst du sagen, dass du sagst, ich kann auch so viel, wenn Türken so geil sind. Das hast du gesagt. Geil? Du bist schon gut oder du weißt? Nein, ich meine... Oh mein Gott, nicht schon wieder, Marcel. Ja, also der 3er BMW hat ja schon so ein Image, dass er halt Türken und so ist. Aber das ist beim Audi nicht anders. Audi A4, A6, Mercedes E-Klasse ist der auch nicht anders. Aber muss man wirklich sagen, da haben die Türken guten Geschmack. Also, ich mag die ganzen Autos wirklich auch. Also außer Audi. Audi hat mir noch nie gefallen. Audi ist geil. Audi TT, bestes Auto. Den RS, ja. Aber auch nur, wenn er geschenkt ist. Sonst nehme ich... Ja, oder Audi A8. Bäh, ne. Dann nehme ich lieber eine M3. Niemals eine R8. Das Ding sieht einfach aus wie ein Ei. Das Auto ist richtig geil. Genau das gleiche ist beim Bugatti. Beim Bugatti Veyron. Das sieht einfach aus wie so ein Ei. Ja, ich finde immer das geilste Auto, das es gibt, ist Aston Martin Vanquish. Aston Martin, die hat mir noch nie gefallen. Ich finde, das geilste Auto ist ein Nissan GT-R R35. Und wenn ich einen guten R34 finden würde, würde ich den auch nehmen. Also ein R34 wäre auch geil. Kennst du den Pagani Sonder? Ja. Ja, ist auch nicht schlecht da. Kann man sich auch mal geben. Also ganz ehrlich, italienische Autos mag ich nicht. Genau das gleiche bei Ferrari. Bei Ferrari gibt es... Bei Ferrari gibt es... Bei Ferrari gibt es ein... Bei Ferrari gibt es ein... Bei Ferrari gibt es ein... Bei Ferrari gibt es ein Ferrari. Es gibt ein paar Ferraris, wo ich wirklich... Die ich mir wirklich zulängen würde. Das ist ein Ferrari FF oder so, wäre auch wirklich cool. Ja. Aber ansonsten, so ein Enzo... Nee. Nee. Echt nicht? Muss nicht sein. Ähm... Keine Ahnung. Die einzigen italienischen Autos, die ich mag, ist Lamborghini. Alle Ansonen gefallen mir nicht. Wenn du uns gerade sehen könntest, würdest du uns umbringen. Was? Wenn du uns gerade sehen könntest, würdest du uns umbringen, glaube ich. Wieso? Was Marcel gerade gar nicht gemacht hat. Wir haben ja noch... Ding, mach mal. Kurz. Tapp. Und ding. Marcel, mach das noch mal. Kann ich nicht, weil die... Weil die Aufnahmen sind abschmiert. Jetzt, äh... Marcel, es ist nicht so spannend hier rumzustehen. Was machst du? Hast du das Auto oder... Ich verpiss mich. Irgendwie antwortet der Typ nicht und irgendwie schlag ich ihn zusammen. Gut, viel Glück. Ich verpiss mich mal. Weil hier rumstehen ist nicht so spannend. Oh lol. Die Sau ist... Oh, die Sau hat sich ausgelockt. Die hat geläftet ordentlich gut. Ja, du kannst ja Leute nicht zusammenschlagen, du Genie. Du hast noch Noob-Schutz, du Noob. Ist mir egal. Äh, bleh. Ist offen. Soll passieren. Lock 1, Motor an. Ich sagte Motor an. So, und jetzt fahren wir mit dem Buffalo den Mount Chinat hoch. Einfach, weil wir es können. Oh Gott. Ich will heil wieder runterkommen. Das wirst du, mein Freund. Das wirst du. War es heil oder was? Ja. Also ich fahre fast täglich hier den Mount Chinat hoch. Wobei, vielleicht sollten wir trotzdem lieber eine Sultan nehmen. Egal, YOLO. Nachher muss ich schon das erste Mal tanken. Mein Gott, ich habe Angst. Brauchst du nicht. Und hier vorne ist ein Sperrgebiet, ne? Hast du es schon gesehen? Das ist eine, eine Base. Da bin ich auch drauf gekommen. Ich bin da mal aus Versehen reingefallen. Ich war mit dem Roller, bin ich hier hochgefahren. Ähm, frag mich nicht, wieso ich mit dem Roller hier hochfahre. Ich hab einfach Lust dazu. Ähm, bin dann runtergesprungen und da in einem Zaun gelandet und gestorben. Tja. Soll passieren. Mhm. Kommt vor. Äh, warte, ich will doch nicht hier hoch. Ich will da runter. Worte. Weil das der kürzere Weg ist. Und ich will den langen Weg fahren. Oh. Übrigens, wenn du, wenn du kopslos werden musst, ne? Mount Chiliad ist seine Wahl. Wenn, hier, das bringt keinen Kopf hin, wenn du mit dem Sultan hier hochballerst. Dir zu folgen. Und wenn doch, also ich fahre immer den kurzen Weg da hoch, die Schlangenlinie. Und wenn oben noch einer mit dran ist, ballere ich den langen Weg wieder runter. Und wo ich dann reinfahre, das zeige ich dir gleich, wenn wir wieder runterballern. Bisschen weiter rechts fahren, dagegen hätt ich gar nichts. Und ein bisschen langsamer. Mir wird schlecht. Oh, Marcel, doch nicht auf die Kamera! Nicht in mein neues Auto. Geht, jetzt kommt schon hoch. Ah, mein Gott. So. Ich wäre schon längst hoch. Ja, ha, ha. Du wärst schon längst tot. Ja, richtig. Mein Name ist Bond. James Tod. Mein Name ist Tod. Mein Name ist Dumm. James. Dumm. Nicht witzig. Dumm. Hahaha, das sagt mir, wenn ich lachen darf, ne? Genau. Das blaues Licht. Ja, das sollte eigentlich Neonlicht sein, aber das kann man hier so schlecht darstellen. Ja, das ist blaues Licht. Das sollte irgendwie Neonscheinwerfer darstellen. Sieht ein bisschen aus wie Türkis. Nee, das ist Neonblau. Wer hat da Payday? Was? Wer hat da gerade Payday? Nicht ich. Komisch. Ich kann es auch nicht gewesen sein, aber ich habe es gerade gehört. Achso, ich habe... Erfolg gerade bekommen. Ja, da... Bei Mount Jill bekommt man Erfolg. Äh... Hillclimber oder so was heißt das. Weil man den Berg bestiegen hat. Was fällt da im Raum? Halt und so. Manuel, das darfst du echt nicht mehr machen. Wieso? Solche Steilvorlagen... Das geht ja mal gar nicht. Was fällt mal kurz davor. Ja. Vor was? Ach, Marcel ist nicht pervers. Nee, sind wir alle... Nicht auf, schau auf zu lügen. Okay, jetzt fahren wir da die Rampe runter. Deal. Mit Anlauf. Fahr... Warte, stopp, 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 stopp. Stopp, nein, nein. Nicht so, nicht so, nicht so. Hier vorne ist ein... Ist ein Fernrohr. Schau durch. Egal, egal, egal. Fahr rückwärts auf den... Auf den Berg da hinten und fahr damit voll Gas da über die Rampe. Dann kommen wir ganz drüber. Nö. Oh, langweiler. Ich will mein neues Auto nicht killen. Du killst dich. Dein Auto, du killst dich. Und mein Auto. Weil wenn... Weil wenn dein Auto in die Luft geht, ist das Auto weg. Ja und? Du hast doch Kohle. Jetzt nicht mehr. Jetzt hab ich irgendwie noch 10.000 oder so. Nur noch. Was her hat 1.000? 577. Also 1.577. Ich mach jetzt einfach mal Technobass an. YOLO. Weil hier so... Ohne Musik runterzufahren macht keinen Spaß. Normalerweise würde ich ja meine Musik anlassen, aber... Aber GEMA... Die GEMA wird sich dann erst abfreuen. Auf das hab ich keinen Bock. Nicht nur die GEMA. Sondern? Auch die anderen. Von denen nur dann die Urheberrechte verletzen. Na eben. Aber die GEMA wird sich am meisten freuen von allen. GEMA stinkt. Was du nicht sagst. Absolut richtig. Wusstet ihr eigentlich, dass die Videos, die von der GEMA gesperrt werden, bei uns in der Schweiz trotzdem angeschaut werden können? Nee. Wir Schweizer können das trotzdem anschauen. Nur die Deutschen können das nicht. Ist leider nicht in der EU. Vielleicht liegt es irgendwie damit. Nein. Steht nur Deutschland kann das nicht angucken. Österreich geht auch. Soviel ich weiß. Österreich ist so ein Gesetzeslose Land. Das hast du gesagt. Ja, ist aber so. An alle Österreicher. Schlagt ihn! Also ich zeig dir jetzt mal die ultimative Anti-Cop-Taktik. Du fährst den langen Weg hoch. Äh, den kurzen Weg, da die Schlangenlinie, wo wir gerade runtergefahren sind. Eigentlich genau umgekehrt, wie wir es jetzt gemacht haben. Und wenn du oben immer noch Cops an der Backe hast, ähm, nimmst du die Abzweigung und ballast hier den langen Weg runter und dann hier runter. Okay. Und scheiß dich bitte nicht ein. Warum? Oh. Zell schatzt dich immer an. Alter. Hilfe. Das hieß gleich, wieso. Warte. Oh nein. Alter. Eject. Das wäre der ultimative Tod, Alter. Fahr, fahr, fahr. Oh, danke. Unter deinem Gewicht kann das zusammenbrechen. Du musst so mitten, mitten in freier Fahrt, checkt all, weißt du, das musst du dir beinden. Dann haut es ihn so mitten auf der Autobahn und wird er auf dem Berg bis raus, das wär so. Alter, auf Autobahn ist doch lame, auch über eine Brücke. Oh, ich, ich zeig dir mal was, was wir, was, wo wir die ganze Zeit bei SMP, wenn wir in der Gang waren, wo wir die Leute erpresst haben. Das ist so immer, aber erstmal muss ich tanken. Nicht kippen, tanken. Ja, alle tanken kippen kaufen, weißt du Bescheid. Ha, ha, ha. Ja, heute bin ich gut drauf. Ich nicht. Das war außer blöd. Warte, auf dem Highway gibt es auch eine Tanke, wir fahren aber mal nach LS, weil ich da dir was zeigen möchte. Mein Licht ist an, aber es ist aus. Hä? Wieso endet der Part gleich? Ach, du musst wahrscheinlich weg. Ja, ich auch. Ich hab's ganz dezent gemacht. So, ja, mein Licht ist aus, obwohl es an ist, weil ich es kaputt gefallen habe. Oh mein Gott. Ja, also ich zeig dir jetzt noch, wo wir die ganze Zeit die Leute erpresst haben, warte. Leute erpresst? Ja, bei SMP haben wir als Gang jeweils die Leute erpresst. Also entweder Infos oder Tod. Oh, okay. Und ich zeig dir gleich, wo. Es gibt eine ultimative Brücke, wo das übelst geil geht. Weil wenn du Real spielst, musst du halt so machen, dass du nicht abkratzt, ne? Hm? BAM! Schon mal so gebremst? Nein. Jetzt, jetzt hast du gesehen, ne? Aber der Buffalo sauft einfach mal Benzin. Es gibt kein Morgen mehr. Wobei der Sultan ist nicht besser. Der sauft, glaube ich, noch mehr. Jetzt nicht mehr, weil ich ihm Spritersparnis, Benzinersparnis gegeben hab. Für 5000. Aber hat sich übelst gelohnt. Er sauft irgendwie ein Drittel von dem, was er vorhin gesoffen hat. Du musst deinen Skin übrigens noch ändern, ne? Ja, ich hab' den Penner-Scan. Ich fahr' nicht mehr länger mit nem Penner rum. Marcel ist aber ein echt auch'n Penner. Mhm. Echt jetzt. Ja, Marcel. Echt jetzt. Du musst ja grad was sagen, ne, Jan? Manuel, ich geb' dir noch 30 Sekunden. Wieso? Weil, äh... Zeit. Genau. Er muss um 7 gehen. Er muss um 7 ins Bett. Er muss Sandmann schauen. Sandmann kommt samstags nicht, oder? Doch. Oh, geil. Oh, geht gar 10 Sekunden. Was ist erst 59, Alter? Egal. YOLO! Bautz! Welche Brücke? Die da, oder was? Nein, 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 nein. Du wirst gleich runterstürzen. Warte, 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 warte. Sie kommt gleich, ähm. Ich muss sie nur finden. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo. Aber... hier irgendwo. Wohin musst'n du? Gehen. Zu ne Party. Das war gelogen, er muss zu seiner Mom. Meine Mom, Mundbreche. Voll Idiot. Ja, er muss seine Mom baden. Sie kann es alleine nicht mehr, sie ist zufrieden. Hm. Moment, das haben wir gleich. Nein! Danke! Wo war die Kacke nochmal? Warte. Oh nein, scheiße. Das ruft wahrscheinlich gleich bei mir an. Failed. Nein, er schreibt das. Spam da mich zu, oh lol. Ach, jetzt weiß ich wo. So. So. So, wir haben's gleich, ne? Kann's gleich gehen. Boah, er spammt übel. Na, der kleine Spammer. So, hier. Warte, warte, warte. Jetzt kommt gleich das Kit-Empfehling. Wenn ich hier den Porsche dann hochfahren könnte. Bock auszuschreigen? Hm. Ja, mit... Er macht... Er macht einfach mal eiskalt steigt er aus. Ja, äh, YOLO und so, weißt du? Eiskalt steigt er aus, ich fasse nicht. Das war eigentlich alles ein Witz gemeint, ne? Achso, ich hab dir eiskalt gemacht. Das ist doch das perfekte Ende für den Paar, oder? Nein, das perfekte Ende ist, wenn ich da jetzt runterfahre und mir dein Geld hol. Muhahaha. Bitch. Bitch, please. Nee, ich hol das Geld und gib's dir dann. Wieder. Irgendwann. Irgendwann? Ja, ich hab ja genug Geld, ne? Ich kann's dir auch zurückzahlen. Nein, nein, ist okay. Ähm. Ja, ich warte, ich fahr mal kurz zu Marcel, oder zum, zum Brei von Marcel. Ich bin, äh, tot und ich müsste jetzt dann echt los. Und ich peng gleich ein. Okay. Ähm. Wo liegt er? Da lag er, da liegt das Geld. Jo, ähm. Also ich würd sagen, das war's erstmal von dieser Aufnahme von, äh, 78 Dollar, yay. Äh, von, äh, Let's Play Vio Relive. Ähm, wenn's euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ähm, und, ja. Bis zum nächsten Mal, Leute, ne? Ciao. Ciao.